So, und da sind wir wieder. Ich speichere mal kurz ab. Das hätte ich auch während der Pause machen können, habe ich aber vergessen. Ich mache ja meistens wirklich nur einen Bruchteil der Sekunde, gerade auf Aufnahme Stopp, wieder an. Einfach damit ich diesen Moment der Übergänge habe. So, wir sammeln hier jetzt erstmal. Lohnt ja auch nicht jetzt immer für Block und Block das zu machen. Haben wir eigentlich, wo ist eigentlich unsere zweite? Verloren gegangen. Ne, das hier brauchen wir. So, 32 Stöckchen, das ist ein halbes Deck. Ja, schon zu viele. Hätte ich ja auch gleich automatisch machen können. Zack. So, dann können wir mal gucken, dass wir das jetzt hier so ein bisschen heller kriegen. Ich will nichts riskieren. Kann ich einen Melon Fackeln dran machen? Kann ich. Das macht mein Feld. Immer noch die berühmten drei Felder, die noch fehlen. Wobei ein Feld kann ruhig so bleiben, das wird eh aufgegrubbert. Ah, die anderen zwei Felder müssen noch weg. So, hier wollte ich Eisen dran machen. Damit das so ein bisschen... Äh, genau zwei zu wenig, würde ich mal sagen. Also quasi so. Oder machen wir es so. Ja. Das sieht doch schon besser aus. So, jetzt habe ich das Cobblestone dabei. Ich möchte auf jeden Fall richtige Treppen drauflegen. Das heißt hier. 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 Und dann würde es so gehen. Treppen haben wir noch ein bisschen was. Die hole ich auch mal schnell. Ah, jetzt ist es nur noch ein Feld. Oder jetzt ist es nur noch ein Feld. Hier ist das andere grobe Werkzeug auch nicht. Dann habe ich es wohl in der Schmiede liegen lassen, wo es eigentlich auch hingehört. Die können wir schon mal mitnehmen. Treppen. Ach, die hatte ich ja doch unten. Da. Ein ganzes Deck sogar. So. Theoretisch könnte ich hier sogar noch einen drauflegen. Und dann erst um die Ecke gehen. So, jetzt haben wir das Ganze schon etwas höher gebaut, als es eigentlich ist. Da drüben ist, da oben ist es natürlich jetzt auch schon gleich wieder etwas dunkler. Potenzielle Ecke zum Monster spawnen. Oh, sobald da was drauf gebaut ist. Kann man da nicht durchspringen? Ne. Blockt ab. Ah, wieder eine Melone. Zwei Melonen. Mit Wolle bauen wird in der nächsten Zeit übrigens sehr problematisch. Ich habe das auch schon meiner Server, ich sag mal meiner Server-Gilde gesagt. Wir sind ja so gesehen, aus Spielen kennt man ja eine Gilde. Also ein privater Verein so gesehen. Dass Wolle in der nächsten Zeit überaus selten sein wird. Dadurch, dass die Mobs jetzt nicht mehr nachwachsen. Und auch kein Respawn mehr ist. Die Wolle auf den Viechern nicht mehr nachwächst. Sprich, wenn ein Schaf geschoren ist, dann bleibt es geschoren. Und es wächst vorerst nicht mehr nach. Habe ich noch Spitzhacken. Ich habe noch davon. Ja, die könnte ich mir craften. Gott, habe ich einen Durcheinander in der Kiste. Das kann wieder weg, das kann weg. Cobblestone kann hier bleiben. Das Feuerzeug kommt in eine andere Kiste. Die Schaufel kommt woanders rein. Wir gehen jetzt in den Keller erstmal. Das hier nehmen wir mal mit. Das müssen wir bestimmt gleich machen. Das passt ja noch alles hier rein. Kohle kommt woanders hin. Wie steht es eigentlich mit meinem Nahrungsmittelvorrat? Da habe ich jetzt schon lange nicht mehr geguckt. Ach, gerade angekratzt. So. Ach, jetzt habe ich alles Stückchen da reingeworfen. Ich bin ja auch so ein Depp. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Reicht. Ich gehe momentan etwas sorgloser mit Eisen um. Zum einen haben wir ordentlich was. Zum anderen scheint es mir so, dass jetzt in der neuen Welt die Eisenvorräte um ein Vielfaches höher sind als hier. Oder vielmehr als bisher waren. Sprich, wir werden in der nächsten Zeit keine größeren Eisenprobleme mehr kriegen. Ach, hier ist das Ding wirklich drin. Ist hier noch irgendwo was? Ach, wir haben auch schon wieder 5 Eisen. Was natürlich auf jeden Fall knapp wird, das sind unsere Kohlevorräte, wenn wir da weiterbauen. Die 2 nehmen wir jetzt noch mit, bevor wir auf Cobblestone-Jagd gehen, damit wir Clearstone brennen können. Damit wir das verarbeiten können. Damit unser Turm in die nötige Höhe wächst. Und wir einen schönen Ausblick über das Tal hier haben. Der Turm denke ich mal so bis... Ja, wir sind hier auf 75. Wir sind hier recht hoch eigentlich. Also weit über den Meeresspiegel auf jeden Fall. Ich denke mal, der Turm, der sollte auf jeden Fall höher sein als das Ding. Aber das hat er schon fast geschafft. Ich denke mal so bis 100. Auf gar keinen Fall über 100. Denn wenn wir da wirklich noch eine neue Etage draufsetzen, dann wird der Turm quasi so das Verbindungselement zwischen den beiden Ebenen. Aber wie gesagt, da bin ich noch unschlüssig, wie ich das machen werde. Und ob ich das überhaupt so machen werde, dass da mehrere Etagen kommen. Oder ob wir irgendwo ein Plateau in die Luft setzen. Auf jeden Fall würde ich gerne irgendwas in die Luft bauen. Irgendwas Schwebendes. Aber wenn ihr jetzt sagt, nee, baue lieber auf dem Boden weiter aus, richte ich mich natürlich da auch nach euch. Ich erwarte da wirklich mal ein paar Kommentare. Schreibt es unter die YouTube-Videos. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich werde dann notieren, wie viele sind dafür, wie viele sind dafür. Und dann werden wir mal gucken, wie wir weitermachen. Was es auch wird. Wir werden auf jeden Fall eine tolle Stadt bauen. Das habe ich im Gefühl. Jetzt werden wir erstmal... Was ist eine Pilzkuh? Äh, was will der von mir? Naja. Eine Pilzkuh. Was soll denn bitte eine Pilzkuh sein? Habe ich irgendwo mal Pilzkuh erwähnt? Hier wird am Ende ein schöner großer Raum entstehen. Den könnte man vielleicht auch mal für was nutzen. Und das Cobblestone ernten. Das geht ja recht schnell. Ist auch gut so, dass das recht schnell geht. Und wir werden jetzt trotzdem mal so, ich sag mal, 10 Stacks erstmal farmen. Damit sollten wir bei dem Turm erstmal weiter vorankommen. Während der Turm dann... Oder vielmehr während das Cobblestone dann brennt, werden wir uns mal die Hühnerfarm ansehen. Und dann haben wir schon eine gute Agrarstruktur. Aus Brot, Melonen, Eiern. Wir werden uns dann nächstes Mal eine kleine Zuckerrohrecke anlegen. Die muss nicht ganz so groß sein. Zuckerrohr wächst ja auch quasi wie Ranken, wie Gift. Und da kriegt man das dann ja auch schnell alles hin. Zumindest geerntet. Je größer ich diesen Raum baue, desto schwieriger wird es hinterher, ihn zu beleuchten. Aber das kriegen wir auch hin. Zum Beispiel die Ecke hier, die ist jetzt schon komplett unbeleuchtet. Aber noch geht es eigentlich. Das erkennt man immer an diesen Pissflecken auf dem Boden. Diese braunen Flecken. Ich bin ein Fan der neuen Light Engine, auch wenn viele da eher mit bösen Zungen gegenreden. Zum Beispiel auch weiße Wolle, die jetzt sehr angepisst aussieht. Um es mal wörtlich zu zitieren. Oh mein Gott, da nimmt man halt ein, zwei Fackeln mehr. Und ich finde, ganze Häuser aus weißer Wolle finde ich eh nicht wirklich schön. Es ist vor allem einfallslos, meiner Meinung nach. Wolle kann man für verschiedene Wände benutzen, für den Boden vielleicht. Aber ganze Häuser aus weißer Wolle, ich weiß nicht. Aber mein Gott, die Minecraft-Forum sehen es anders. Ich sehe es so. Jeder soll seine Meinung haben. Und auch das Recht haben, seine Meinung zu äußern. Wie viel haben wir jetzt schon? Von den 10 Stacks haben wir jetzt schon gut 3. Das ist doch schon einiges. Oh, und da kriegen wir gleich noch ein bisschen Eisen wieder rein. Wir geben ja auch hier gut Eisen aus. Ist das auch nur gerechtfertigt, wenn wir ihn auch wieder reinkriegen. Besser machen wir jetzt die Reihe hier fertig. Ich hoffe, das klappt wirklich dann noch mit der Beleuchtung. Okay, wir versuchen das mal symmetrisch zueinander zu machen, die beiden Fackeln. Und dann nehmen wir uns mal das Eisen vor. Ich habe mir ein bisschen mehr als 2 gerechnet, aber okay. Kleinvieh macht auch Mist. Ach ja, unsere schöne Cobblestone-Mine hier. Ah, noch ein mehr. Dann können wir da wieder eine Fackel dran setzen. So. Ob das jetzt monsterfrei hier wird oder nicht, das werden wir dann spätestens erfahren, wenn die ersten Monster hier rumtouren, aber hier unten auch nicht weiter tragisch. Auch wenn hier ein Creeper explodiert. Ah, guck mal, wieder ein bisschen Eisen. Und schon haben wir eine Spitzhacke wieder raus. Das Problem jetzt an der neuen Helligkeit ist, man sieht nicht mehr so gut, ob man ausreichend beleuchtet hat. Das ist jetzt vielleicht ein kleines Manko, dafür seht ihr besser. Aber ich kann sie ja zwischendurch auch einfach mal wieder runterschalten. Ups. Und dann sehen wir ja, ob ich alles richtig gemacht habe. Wie sieht es jetzt aus? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hälfte haben wir. Und ich weiß langsam auch schon nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist still geworden. Ich habe auch letzte Nacht nicht wirklich viel geschlafen. Wenn um ein Uhr nachts der Krankenwagen vor der Tür steht und den Vater abholt. Dann ist das schon ein Grund, die Nacht nicht wirklich mehr viel zu schlafen. Also das jagt den Adrenalinspiegel von 0 auf 200. Ah, noch mehr Eisen. Das ist dann jetzt die zweite Spitzhacke. Kohle werden wir hier nicht wirklich viel finden. So, und sobald ich die Reihe fertig habe, ist dann auch mal wieder Zeit, Zeit für heute Schluss zu machen. So, und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, wir sehen uns dann gleich wieder.